Wo machst du denn hier nen Flügel kaputt? Geht das überhaupt? Ich überleg auch dann. Ja, bei dem Autofrond hat er's nütz gemacht. Flügel kaputt? Wo geht das denn da halt? Also so, was? Das war Instant Karma. Ich hab den Rückspiegel geguckt und hab nach dem Avengers Tower gesucht. Und... Und hau mir den Flügel kaputt. So Nester, ich werd jetzt links dich überholen. Äh! Nicht... Willst du mich verarschen? Genau das gleiche! Genau das gleiche! Dieser Oberrücker vom Herrn! Ich kann da nix für! Er macht genau das Ding! Nein! Der schaut mal gut. Leute, wo... Leute, was war das denn? Der ist voll rübergebumst. Nach links! Das sah aus, als wenn's Zipfler voll nach links gezogen hätte. Lol, aufm Kopf sogar! Ein heftiger Aufprall! Dack umgefallen! Haha! Ui! Ich auch! Scheiß die Wand, dann! Oh! Wer hat mich dann da angebummst? Waa! Abgekürzt! Ich rieche dir so leid! Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey, sorry Jens! wir fahren hier zusammen durch ich wurde auch angeschoben das war ein bisschen zu viel power ich hab meiner blume gesagt ich gieße sie nur noch einmal im monat sie ist drauf eingegangen multitask ja guck das dreht sich ja läuft oh nein der ist nicht daran nein wie close oh wie schade Leute fast wie eng alter mehr Foto-Finish geht ja gar nicht what the fuck ja oh das ist so ich fand das gut die mucke ist saugeil wie der controller vibriert ne das kann auch ein Spielzeug sein ich sag sie wie es ist besser bremse kupplung bremse kupplung bremse kupplung gasbremse 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 Wir müssen jetzt erst mal den Puls ein bisschen hoch bringen. Hallo! Drin! Volltreffer! Nur die falsche Person! Hier könntest du auch eine Kanal-Punkte-Wette machen, ne? Schaff ich das beim ersten Mal oder nicht? Two seconds later. Ja! Es selbstverständlich kam GR7 heute nicht an. Deswegen fangen wir hier mit dem DLC an, mit den Oldtimern. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Ich sag's euch immer wieder, ihr müsst das einfach so machen wie ich. Je auffälliger, desto besser ist es. Oh, das ist zu weit! Ich glaub, der Motor hat einen weg. Weißt du, jemand im ADAC oder so? Komm, spring an! Was ist das? Decken die Alerts gerade? Nee. Hallo! Was ist das denn für ne Scheiße? Mach weiter! Oh, da ist einer. Hallo! Wir wollen hier arbeiten. Jetzt geh zu, dass du den Alert anmachst. Regie? Regie? Die Alerts! Genau, danke! Ich zahle euch 20 Euro, die ich schon liebe. Hallo! Wir arbeiten hier, du Drecksau! Jetzt machen wir was für dein Geld! Was ist das hier für ne... Du lachst mich aus, ja? Du, komm! Ja, wenn du... Da will man einmal laut! Einmal wird man laut! Weil so ne bisschen Mucksmäuschen steht, wie Max! Das ist so nett! Der Rand hat jetzt gerade, der Hund er da los! Unterschädig! Das war's.